Bernd Plass von der Plass GmbH ist jetzt bei mir und er macht Badezimmerträume wahr. Wie denn? Ja, wir planen die Bäder. Wir bringen alle Gewerke unter einem Hut. Wir schauen uns beim Kunden die vorhandenen, zu renovierenden Bäder an. Und da mache ich mit meinen Kollegen Vorschläge für die neue Gestaltung der Bäder, für barrierefreie Bäder zum Beispiel, flache Duschen, geräumige Badewannen, wo auch mal zu zweit auch gebadet werden kann. Also das Komplettpaket bekomme ich bei Ihnen. Was haben Sie denn hier heute bei der Messe als Highlight mitgebracht? Als Highlight, viele Kunden schauen immer nach den großen Handbrausen und Duschsystemen, was wir da vorne stehen haben. Angesagt ist dieser Regeneffekt, dass man von oben beprasselt wird mit leichtem Regenschauer. Dann in einer flachen Duschtasse, die wir auch ausgestellt haben, dass man ebenerdig in die Dusche hineinkommt. Ja, wie zufrieden sind Sie heute mit den Kunden? Wie viele Kunden haben sich informiert? Von der Zahl ist es schwierig zu sagen. Es ist ein unheimlicher Andrang. Also es ist schon wirklich eine tolle Sache. Es war erst nicht so erwartet, sage ich mal, aber das ist wirklich toll. Wir sind sehr überrascht, dass es so gut angenommen wird und auch für uns ist es sehr gut. Wir werden gesehen, wir knüpfen Kontakte, neue Kontakte, alte Kontakte, leben so ein bisschen auf. Und ich denke mal, das werden wir so in den nächsten Wochen so mal ein bisschen merken, was da, sagen wir mal, noch wie jetzt fruchtet. Vielen Dank. Aber sehr zufrieden sind wir. Vielen Dank. Danke.